Du hast die Wagner-Söldner ja zweimal angesprochen. Die Gruppe hatte hohe eigene Verluste dort auch in der Region. Warum ist dem Chef jetzt gerade dieser Erfolg, wenn er sich denn wirklich bestätigt, so ungeheuer wichtig? Also ich kann da auch nur spekulieren. Das artikuliert natürlich Evgeny Bregoschin, der Chef der Wagner-Söldner, so nicht. Aber da geht es auch ganz stark ums Geld. Diese Bereiche da um Bachmut, Solidar, Slawensk, Slawensk, das sind rohstoffreiche Gebiete in der Ukraine. Da geht es um Salzgruben, Gipsgruben, da geht es um Kupfer, seltene Erden und auch um Gas. Dann vor allem auch bei Slawensk ein riesiges Fracking-Gasfeld, das Jusofsky-Gasfeld. Und das sind natürlich alles Filetstücke, die sich in meinen Augen der St. Petersburger Geschäftsmann Steinreich, Evgeny Bregoschin, auch sichern will. Und das Zweite ist natürlich auch das Prestige. Er hat diese Wagner-Söldner-Gruppe aufgebaut seit 2014. Die gewinnen immer mehr an Einfluss in Russland auch. Und da will er natürlich dem Kreml-Chef zeigen, dass er die neuralgischen Orte einnehmen kann mit seiner Truppe. Und es ist auch so, dass die Wagner-Söldner ja auch Gefangene rekrutiert haben, also russische Häftlinge. Und da hat Bregoschin jetzt die ersten 20 freigelassen. Die haben ein halbes Jahr in seiner Truppe gedient. Und das Versprechen war ja ein halbes Jahr an der Front. Und dann die Freiheit. Sind also 20 freigelassen worden. Und die Menschenrechtlerin Olga Romanova, die in Berlin im Exil lebt, sagt uns, dass das zu einer Euphorie unter den Häftlingen jetzt geführt hat. Die Tatsache, dass 20 freigelassen wurden. Und das bringt Bregoschin jetzt neuen Zulauf unter den Häftlingen, die etwas skeptisch waren, ob sie denn auch die Freiheit kriegen. Und das heißt, mehr Söldner für die Wagner-Truppe. Christoph, ganz herzlichen Dank für all deine Informationen und die Einschätzung nach Moskau.